Hallo! Wir seht, heute ne Runde Battlefield 3 und das mit Nils und David. Hallo zusammen! Hallo! So, fangen wir das ganze Spiel mal an und los geht's! Man! Ich wollte dich vorher messen, weil du Penis, Alter! Man! Wir seht, wir spielen Hardcore und... Hardcore ist... Hardcore ist ein geiler Modus! Milus, reparier mich! Reparieren! Ich bin tot. Ich bin bei dir gesponget, steig aus, bin genau vor dir. Ich drehe mich um, renne auf dich zu und höre noch die Rakete hinter mir aus. Scheiße hier, ich hasse 200. Oh, Panzer, 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 wo fährt er lang? Oh, er steht da vorne. Da, Ante B! Ich bin tot. Oh Gott, der Panzer schießt schnell. Diese scheiß Milchtüte stresst mich. Sie weg. Was, Milchtüte? Ja, vor mir statt einer Milchtüte. Nein! Ich bin tot! Oh, shit, shit, Alter! Ich hab, ich hab kaum noch Leere. Das gibt mir keine Prozente. Oh, man! Da sterb ich immer. Ich hab, ich hab einen Kampf vom Filch gemacht, Kampf vom Filch. Toll! Kampf vom Filch, yeah! Ey, überall sind die am Campen, diese Hurensohne. Wir sind zwei Thronen. Leute, ich hab den Panzer. Hat der Server eigentlich irgendwie... Oh, ich hasse es, direkt rückwärts zu spawnen. Ich renne zu B. Ich war beschossen. Ich bin im Haus. Ich hab Panzer. Ich hab Angst. Ich hab Angst? Und ich bin tot. Ich bin tot. Ich sponnte wieder bei der. Attacke! Ey, wo sind die? Boah, ich finde das mit diesen Nicht-Markieren total hüpfen, ey. Toll. Haha, Nils. Ich hab das Loch geflochen. Was tut Nils? Ey, keine Ahnung. Ja, ich lebe. Haha, ich lebe. Nein, ich bin tot. Nein! Scheiße. Mein Spawnback steht, da könnt ihr... Könnt ihr hingehen, oder spornen, und dann seid ihr gleich bei B. Ihr könnt mir spaffen. So mag ich das, so mag ich das, Freunde. Scheiße, scheiße. Hau, komm! David, 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 David! Ah. Simon, 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 Simon! Oh. Nein. Simon muss versuchen, scharf zu machen. Ich hab's... Nein, ich bin tot. Ach, Mann. Ach, Mann. Loll. Ach, Scheiße. Brauchst du Hilfe? Ich bin Sanitäter. Guesch. Hat mich umgeworfen. Oh, Mann. Panzer. Vor allem, mein Bruder hat gerade einen Kumpel bei... Ja, ich hab den. ... hat gerade einen Kumpel bei sich, ja. Und es gibt Essen, und ich geh... Also, ich wollte ein Zimmer von meinem Bruder rein. Vor allem, da sitzt da ein fremder Junge in seinem Sessel. Oh, scheiße. Die waren alle Zeit, hast du gerade das Leben gerettet. Ja, das waren jetzt auch echt nur gute Reflexe zu mir, oder so. Oh, das ist ein Panzer. Nein, 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 nein. Läuf, Läuf, Läuf. Alter, ich will einen Kumpel. Ich hab keine Muni mehr. Ach, ja. Boah, Mann, Alter. Hardcore ist schon ein geiles Stück. Ich krieg... Ich krieg heute nüftige Schüssen, Alter. Nüftige? Nein, weg ist rein geworden, ey. Hast du es zerstört? Ja. Alles noch gut. Boah. Ey, fahr da nicht rückwärtszug, Bimbo. Toi, jetzt ist er da einfach rübergefallen. Ich wollte den grad töten. Noi, nein. Oh, Schwein gehabt. Hier, warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen bewegt. Bleib stehen bewegt. Können wir unseren eigenen Panzern schaden zu finden? Natürlich. Du kannst die Dinger auch zerstören, also so ist es nicht. Ich bin hier oben auf dem Dach, Simon mag es nur sterben und mir Sponsor hinstellen. Ich bin ein Punktjucker, ey. Wie heavy, wieso bist du... Nein, Mann, Alter. Ah, Claymore, ich drehe am Rad. Ah. Ah. Ich bin hier oben auf dem Sniper, oder? Nee, rechts. Ich wurde gemestered, Simon, 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 rechts, 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 rechts. Nein. Nein, jetzt bin ich auch tot. Ah, schnell, wa? Ich stand da einfach nur im Gebüsch drin und die haben mich nicht gesehen. Voll! Ich bin tot, ich bohren bei dir und ich bin tot, ey. Oh, nein. Das ist nicht Tatsache. Oh, lol. Das ist nicht Tatsache, mein Bruder nur online gekommen, die jetzt noch irgendwas spielen. Oh, Selbstmord, das ist dein Ernst? Und das geht nicht. Und das geht nicht. Oh, da bist du. Ich empfehle dir nicht mal von so einer kleinen Stufe runter, wenn du stirbst. Wo, 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 wo. Panzer, 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 weg da. Nö, ich lauf einfach. Lebensmüder, gutesmüder. Verursacht wenigsten keine Augenringe. Oh, da ist er. Aufpassen, ich hab nen feindlichen Panzer gesichtet. Over. Da, hahaha. So ein Mörser ist ne feine Sache auf Hardcore. Wieso? Mann! Mann! Nein! Mann, da machen eure Leute zu Hause. Nein! Das ist nicht so. Nein! Aaah! Mann! Oh. Von wo? Ah, weiß ich nicht, ich sehe ich das, siehst du doch nicht. mein mann nein immer wenn ich meine waffe wechsel okay keine gülle du hast immer lust bist du schon so ein suchti ich wollte heute viel überzeugen da fragst du alle sachen die wir gar nicht wollen ist der sinn des lebens nein freunde nein die hake desaster das bestimmte deutsche auch gleich einladen mann also ich wollte eigentlich eine fresse schlagen hey freundchen ich bin schon bewusst bei mir machst du das nicht ich bin kräftiger du machst du nur einmal dass du schon wieder hey jetzt auf Nein, ich bin tot, Alter. Wird davon, irgendetwas aus dem Züge, ist da ein Sniper, Alter. Immer ich, Junge. Immer ich, Alter. Man. Züge-Sniper, Züge-Sniper. Sehr geil. Okay, er ist mal hier. Also, er war grad sichtbar. Da ist zum Beispiel auch einer, der mörsert. Brauchst du jetzt das Kabel, oder was? LOL, MAN! Du rennst die ganze Zeit da gerade aus. Ich komm einmal um die Züge, bin genau dort, wo du bist, nur ein paar Meter weiter hinter, und ich werd erschossen, Alter. Zieh nicht das andere Kabel mit, ich sag's jetzt schon. Okay, also die Sniper sind weg. Da brauchst du dir jetzt keine Sorgen mehr machen. Super. Nur die Frage, wie lange sie weg sind. Ich denke, dass die wiederkommen. Kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einfach mal so weg sind. Oh, Alter, die Lasagne hat übelst rell geschmeckt. Pferdefleisch, ne? Ja, ist ja nicht umsonst so ein Luxusbruch. Ne, also ich weiß nicht, was es diesmal war. Es schmeckt auf alle Fälle besser als ne gekaufte. Boah, Alter, wird die Granaten hier rumfließen. Alter. Und ich seh schnell, ich werd nachher auf Arbeit rennen, Alter, so viel PS wie ich jetzt hab. Mann! Ich hab mir sogar heute extra mal ein extra Stückchen genommen. Oh, tot. Zweifel. Ich will, glaub ich, grad eher Hello Kitty spielen. Das ist nicht so aggressiv. Hey, was lachst du da? Alter! Boah! Boah, nee, komm! Fick dich! Nö! Piepst dich, heißt das? Nee, Alter! Solche Pieper, Alter, die können sich mal piepen, Junge! In ihrem hässlichen Piep, Junge! Das gibt's! Oh, oh, Panzer! Oh, oh, Panzer! Oh, mein Panzer! Och, Mann! Ich krieg schon wieder nichts mehr hingekackt, Mann! 7-10! Toll! So eine Scheiße! David sniped. Hier, da fährt irgendwo so ein scheiß EU-Pot rum. Gibt's nicht mehr. Das siehst du ja auch nicht. Unglaublich. Leu, leu, leu! Leu, leu! Panzer, 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 Panzer! Das wird das so ein Sniper auf den... Wenn ich jetzt mal nicht tot bin, dann weiß ich auch nicht, dann weiß ich auch nicht! Oh, ich lebe noch! Ich lebe noch! Boah, Scheiße! Aho, ich hab einen Sniper da! Ah, wir haben verschissen, ey! Warte, noch 7 Tickets! Komm, alles noch reißen, Freunde! Sind immer noch 7 Tickets. Siehst du, ist noch nichts verloren. Oh, 6 Tickets! Nein! Na ja, gleich sind's nur weniger. Wie viele Tickets sind's noch? Sind's jetzt noch 5? Ja, jetzt sind's noch 4. Ne, sind immer noch 5. Loll! Habe ich jetzt Schaden zugefügt, Nils? Ne, fragen wir nicht. Loll! Man! Loll! Oh, was soll'n das, Mann? Hey, unglaublich! Warte, war da... War da 2, oder? Warte, er hat in die andere Richtung geguckt. Ich hab da keinen 2 gesehen. Go, go, go! Jetzt spawnen wir alle nochmal und dann sind wir alle. Dann haben wir das Spiel verloren. So, jetzt darfst du nur noch ein Ticket haben, wenn Nils jetzt nicht spawnen? Halt, ich reanimiere dich! Neu, reanimiert und trotzdem ist hier gebäck. Ich bin durch Fallschaden gestorben. Mich hat jeder von hinten angesnabt und dann bin ich da runtergesprungen, bin er verreckt. Nils, das bist du halt so schlecht! Ja, ich hab da gesagt, ich krieg heute nicht geschissen. Außerdem hatte ich auch keinen Bock auf beide Videos. So, dann... Die erste Runde, wo du fressen, war so geil. Aber ansonsten noch nicht. Ja, dann folgt die nächste Runde auf alle Fälle noch. Ich verabschiede mich in diesem Sinne heute. Und... Halt bloß ab. Weck mich. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du redest wie so'n Pädophiler? Ich rede wie ein Pädophiler? Was ist ein Pädophiler? Ja. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Pädobär. Ein Pädophiler ist das der, der dich in die Kiste bringen will und dich dann tötet. Ich verlasse. Ich auch. Ja, ich hab's geschafft. Geil. So, dann sehen wir uns bei der nächsten Runde, meine Freunde. Alle anderen verabschieden sich jetzt hier. Tschüss, Simon, der Pädobär. Nichts, Pädobär. Verabschiedet ihr euch nun? Ich hab tschüss gesagt, mein... Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Pädobär sagt tschüss. 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 Pädobär. Tschüss.